Technische Beschreibung des OBDI-Fehlercodes, Sensorreferenzspannung D-Stromkreis niedrig. Was bedeutet das? Dieser Diagnosefehlercode DTC ist ein generischer Antriebsstrangcode, der für Fahrzeuge mit OBDI-Ausstattung gilt, obwohl generisch, können die spezifischen Reparaturschritte je nach Markemodell variieren. Wenn in ihrem mit OBDI-Ausstatteten Fahrzeug ein P06A4 gespeichert ist, bedeutet dies, dass das Antriebsstrangsteuermodul PCM ein Signal mit niedriger Referenzspannung für einen bestimmten Sensor erkannt hat, der die Bezeichnung D erhalten hat. Der betreffende Sensor ist normalerweise dem Automatikgetriebe, dem Verteilergetriebe oder einem der Differenziale zugeordnet. Ein spezifischerer Sensorcode wird fast immer diesem Code beiliegen. Der P06A4 fügt hinzu, dass die Spannung des Sensorreferenzkreises niedrig ist. Um die Position und Funktion des Sensors in Bezug auf das betreffende Fahrzeug zu bestimmen, wenden Sie sich an eine zuverlässige Fahrzeuginformationsquelle. Alldata DIY ist eine großartige Quelle. Es besteht der Verdacht, dass ein PCM-Programmierfehler aufgetreten ist, wenn der P06A4 alleine gespeichert wird. Sie müssen alle anderen Sensorkodes diagnostizieren und reparieren. Bevor Sie den P06A4 diagnostizieren und reparieren können, beachten Sie jedoch den Zustand niedriger Referenzspannung. Der betreffende Sensor wird über einen geschalteten Stromkreis bei eingeschaltetem Schlüssel mit einer Referenzspannung, normalerweise 5 Volt, versorgt. Es wird auch ein Erdungssignal geben. Der Sensor hat entweder einen variablen Widerstand oder einen elektromagnetischen Widerstand und vervollständigt den Stromkreis. Der Sensorwiderstand sollte abnehmen, wenn Druck, Temperatur oder Geschwindigkeit erhöht werden und umgekehrt. Wenn sich der Sensorwiderstand ändert, unter verschiedenen Bedingungen, erhält das PCM ein Eingangsspannungssignal. Wenn das vom PCM empfangene Eingangsspannungssignal unter einem programmierten Grenzwert liegt, wird ein P06A4 gespeichert. Eine Störungsanzeigelampe, Miel, kann ebenfalls aufleuchten. Einige Fahrzeuge benötigen mehrere Fahrzyklen mit einem Fehler. Damit die Miel leuchtet, lassen Sie das PCM in den Bereitschaftsmodus wechseln. Bevor Sie eine erfolgreiche Reparatur in Betracht ziehen, löschen Sie einfach den Code. Nachdem Reparaturen durchgeführt wurden, und fahren Sie das Fahrzeug normal. Wenn das PCM in den Bereitschaftsmodus wechselt, war die Reparatur erfolgreich. Wenn der Code zurückgesetzt wird, wechselt das PCM nicht in den Bereitschaftsmodus und Sie wissen, dass eine Fehlfunktion weiterhin besteht. Schweregrad und AMP Symptome Der Schweregrad eines gespeicherten P06A4 hängt davon ab, in welcher Sensorschaltung ein Niederspannungszustand vorliegt. Andere gespeicherte Codes müssen berücksichtigt werden, bevor eine Bestimmung des Schweregrads vorgenommen werden kann. Zu den Symptomen eines P06A4 Codes können gehören, Fehler beim Umschalten des Getriebes zwischen Sport- und Sparmodus Getriebeschaltstörungen verzögerter oder kein Übertragungseingriff Fehler beim Umschalten des Getriebes zwischen Allrad- und Zweiradantrieb Fehler beim Schalten des Verteilergetriebes vom niedrigen in den hohen Gang fehlender Eingriff des vorderen Differenzials Fehlender Eingriff der Vorderradnabe Fehlerhafter oder nicht funktionsfähiger Tachokilometerzähler Ursachen Mögliche Ursachen für diesen Motorkode sind, schlechter Sensordefekte oder durchgebrannte Sicherungen und oder Schmelzverbindungen Systemrelais-Defekt-Unterbrechungen und oder Steckverbinder-Diagnose- und Reparaturverfahren Zur Diagnose eines gespeicherten Codes P06A4 werden ein Diagnosescanner, ein digitales Volt-Ohm-Meter DVOM und eine vertrauenswürdige Fahrzeuginformationsquelle wie Alldata DIY benötigt, ein tragbares Oszilloskop kann sich auch bei Ihrer Diagnose als hilfreich erweisen, wenden Sie sich zunächst an Ihre Fahrzeuginformationsquelle, um den Standort und die Funktion des betreffenden Sensors in Bezug auf Ihr bestimmtes Fahrzeug zu bestimmen, führen Sie eine Sichtprüfung der Kabelbäume und Steckverbinder des Sensorsystems durch, reparieren oder ersetzen Sie beschädigte oder verbrannte Kabel, Steckverbinder und Komponenten nach Bedarf, Schließen Sie zweitens den Scanner an den Fahrzeugdiagnoseanschluss an und rufen Sie alle gespeicherten Fehlercodes und Standbilddaten ab, notieren Sie sich die Codes zusammen mit der Reihenfolge, in der sie gespeichert wurden, und den zugehörigen Standbilddaten, da sich diese Informationen als hilfreich erweisen können, wenn sich herausstellt, dass der Code intermittierend ist, jetzt können Sie fortfahren und den Code löschen, testen Sie das Fahrzeug anschließend, um festzustellen, ob es sofort zurückgeht, Wenn der Code sofort zurückgesetzt wird, testen Sie mit dem DVOM die Referenzspannung und die Erdungssignale am betreffenden Sensor. Normalerweise erwarten Sie am Sensoranschluss 5 Volt und eine Erdung, fahren Sie mit dem Testen des Sensorwiderstands und der Durchgangsspegel fort, Wenn die Spannungs- und Erdungssignale am Sensorstecker vorhanden sind, erhalten Sie Testspezifikationen aus Ihrer Fahrzeuginformationsquelle und vergleichen Sie Ihre tatsächlichen Ergebnisse mit diesen Sensoren, die diesen Spezifikationen nicht entsprechen. Sollten ersetzt werden, trennen Sie alle zugehörigen Steuerungen von den Systemstromkreisen, bevor Sie den Widerstand mit dem DVOM testen, andernfalls kann der PCM beschädigt werden. Wenn die Referenzspannung niedrig ist am Sensor, überprüfen Sie mit dem DVOM den Stromkreiswiderstand und den Durchgang zwischen Sensor und PCM. Ersetzen Sie offene oder kurzgeschlossene Stromkreise nach Bedarf, wenn der betreffende Sensor elektromagnetisch mit einem hin- und hergehenden Signal ist. Verwenden Sie das Oszilloskop, um Live-Daten zu überwachen, konzentrieren Sie sich auf Störungen und vollständig offene Stromkreise, zusätzliche diagnostische Hinweise. Diese Art von Code wird im Allgemeinen als Unterstützung für einen spezifischeren Code bereitgestellt. Ein gespeicherter Code P06A4 ist normalerweise dem Antriebsstrang zugeordnet.